Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Ich denke, es würde nicht so weit kommen. Ich sehe den Konvoi. Direkt vor uns. Feuer bereit machen. Hier ist der Flüchtlingskonvoi Haldiras Hoffnung. Wir sind Familien an Bord. Ich helfe euch, Konvoi-Anführer. Keine Zeit für Erklärung. Hör aus dem Tunnel. Könntest du doch die Dinger mit beiden Augen schämen. Gebt wohl, Herr Professor. Geht auf! Geht auf! Geht auf! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Funkspruch klingt verzweifelt. Versteht jemand, was er sagt? Sie arbeiten daran. Okay, Echo Staffel, zu mir. Echo Staffel, hier spricht Admiral Ackbar. Echo Anführer hier. Konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Wahrscheinlich. Du musst wahrscheinlich improvisieren. Halte deine Staffel gut in Schluss. Verstanden, Sir? Echo, bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Das nennt ihr also gemütlich. Starte Systemcheck. Ja. Gegen einen Sternenzerstörer brauchen wir Wendigkeit. Schnell und agil. Verstanden. Waffen bereit. Nur ein abgeschossener Tye ist ein guter Tye. Überprüfe Schilde. Genau. Eine Weile werden wir durchhalten müssen. Systemcheck fertig. Information. Information. Echo 2, bereit. Echo 5, bereit. Information. Okay, Staffel. Wer wenig Raketen hat, sollte jetzt Nachschub besorgen. Munition gibt's doch beim U-Flügler. Alles gut? Gut. Das Notsignal von Foster Haven. Worte bestätigt. Flüchtlingskonvoi bei Foster Haven. Das müsste dann in den Areal Sternenzerstörer gegenüber Herbentehelfer. Also gut, dann mal los. Echo Staffel aufschließen und zum Treffpunkt begeben. Das musste ja passieren, wenn die Hälfte der Flotte nicht hier ist. So, wir beantreiben. So, wir sind da. Tja, nur ist der Konvoi ziemlich weit weg. Und der Fein versperrt uns den Weg. Echostaffel. Reitet alle Energie in die Triebwerke, fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Ist zwar riskant, aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Langsam. Wartet. Jetzt. Zündet alle Stubdüsen. Echostaffel, warte. Du bist... Verdammt, Föhm. Staffel, konzentriert euch. Keine weiteren Verluste. Sie lösen ihre Formation auf. Großkampfschiffe sind auf dem Weg. Rebellenalliant, Konvoi benötigt Unterstützung. Halt, das war eine imperiale Übertragung. Auf einem offenen Kanal. Echostaffel vorwärts und gebt ihnen freier Schuss. Zum Glück hat jemand meinen Notruf empfangen. Ich konnte die Tais nicht länger abschütteln. Wer sind sie? Ein Überläufer? Wenn es nach mir geht, nennen sie mich Linden. Ich erkläre alles später. Pilot, hilf mir diese Jäger zurückzudrängen. Echo 4. Der Quasar kommt später. Nimm die Tais ins Visier. Dann sollten wir die Tais loswerden. Der Akiten abfeuern. Pass auf, wo du hinschießt. Ich bin es. Überfahr! Was ist mit den Glasern übertrieben? Feuer einstellen, werden sie aufladen. Verteil nicht den Konvoi. Schnell! Was noch jemand da kippen? Feuer, zieh ab! Ich konnte nicht zulassen, dass das Imperium noch mehr unschuldige von Alderaan im Namen der Sicherheit verdichtet. Das war die Hälfte. Weiter so. Überfahr. K.B. Hinter uns. Schießt mich an!